Immer wenn ich meine Aufnahme starte, kackt mein Capture ab. Dann muss ich es auch mal deaktivieren und aktivieren und dann geht es wieder. Er hat sie immer als einen extravaganten Luxus für gelangweilte Reiche betrachtet. So, was ist hier? Au! Die müssen wir mitnehmen. Wieso habe ich eigentlich Rosalina jetzt dabei? Ich meine, im Team. Will ich die im Team haben? Die ist cool. Das Problem ist, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Hast du heute gekocht? Nein. Ich habe Suppe warm gemacht. Warum? Warum? Na, Pugger. Ich auch. Die Suppe war nicht genug. So ein Döner wäre jetzt nice. Erko rumrissen Döner und kannst im Bett schlafen. Bis ich schlafen gehe, dann hast du geschlafen und dann können wir tauschen. Ich habe jetzt noch ein Döner, dann hast du geschlafen, dann hast du geschlafen, dann hast du geschlafen. Okay. Landungsradius klingt immer gut. Was ist, wenn ich automatisch füllen drücke? Okay. Ich will eh alles leveln. Was ist die Füllung? Wow. Du brauchst noch Sparks. Und zwar kriegst du Glutokalypse, einfach weil sie cool klingt, und Arctiurit. Weiß, weichgekochte Paprika, beste Form einer Paprika. Und sie hasst das einfach. Doch, Matschgemüse, bestes Gemüse. Weiß, weichgekochte Möhren, beste. Weiß, weichgekochte Paprika, beste. Verarbeitete Tomaten sowieso nur. Frische Tomaten sind Müll. Ich bin nicht so Fan von frischen Tomaten. Ich esse sie auf Burgern oder so. Ich esse sie schon, aber wenn ich einen Salat esse und da sind so Viertel von Tomaten drin, ist das etwas, was ich eher nicht esse. Tomate, Mozzarella geht auch noch. Es muss genug dabei sein, dass diese Tomate überdeckt. Dann esse ich die Tomate mit. Aber so frische Tomate, boah. Aber mich judgen? Du judgst mich auch genug, also darf ich dich auch judgen? Was? Diese Bibliothek ist ein Tor zum Wissen und sollte für jeden ein sicherer Ort sein. Muss ich dich wohl begleiten? Oh, jetzt muss ich mit Peach spielen. Ich habe doch gar keine Sparks. Oh. Die Diva unter Bücherwurm. Sind die nur zu zweit? Warum? Frische Tomate ist alleine nicht wirklich geil. Fühle ich auch nicht. Fühle ich nicht. Tomate funktioniert nur mit etwas anderem zusammen. Tomate alleine ist scheiße. Deswegen, guck mal. Tomate, Mozzarella. Da muss auch was dabei sein dann, weißt du? Damit die die Tomate geil sehen. Eine Gurke oder so. Ich kann Gurkensalat essen. Easy game. Aber Tomate... Ich kann Sternteile mehr, weil ich zu viele Sparks habe, die gelevelt werden müssen. What the fuck? Halt, zack nach. Es reicht nicht. Okay. Alle Waffenbasierten Angriffe fügen Windschaden zu. Schleim, Schock, Schleim, Schleim, Schock, blablabla, okay. Alle Waffenbasierten, Meteoritenfeuer. Hm. Zu zweit ist das jetzt so eine Sache mit denen, ne? Das ist echt nervig. Oh, die drei Slides. Oh, die drei Slides. Oh, die drei Slides. Da war ja alles kritisch. Darauf esse ich erstmal ne Tomate. Pur. Wie so ein Apfel. Abartig. Ich kann mit denen nix mehr spielen. Disgusting. Ich fühl mich dabei und schick's dir. Okay. Ey. Ich warte drauf. Was würde ich jetzt sehen? Ich will das jetzt wirklich sehen, wie du filmst das nicht. Loser. Okay. Es ist ja ein Acbiktasin. 1990. 대ätte. Schleim, Schleim. Die. Die. Schleim. Die. 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 Sie. Sie. Achso, das Spiel will mir sagen, es bringt nichts, das zu benutzen. Ja. Make sense. LOL. Oh, wow. Oh, wow. Hmm. Endlich. Viel zu viele Gegner und Augen hier auf dem Spielfeld. Ich weiß gar nicht, was man zuerst killen soll. Okay, macht gar nichts. Easy. Okay. Oh, scheiße. Jetzt bewegt er sich. Oh, danke. Ich wollte eh noch. Heilsame Energie. Kommt sofort. Mhm. Oh. Oh, komm her. Hach! 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 ál! Ich habe jetzt mal neue Gegner. Es wird Zeit, sich zu verziehen und die Augen zu machen. Bist du die Flcher? Oh Gott, hat sie nicht gesagt. Okay. Oh, jetzt habe ich Peach im Team. Mann. Dass die Teams sich dann so durchwechseln, ist ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Gebt mir doch die Teams wieder so, wie sie vorher waren. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Von da kommen wir. Da war der Bosskampf. Wir gehen jetzt mal den normalen Weg noch zurück. Im Schloss müsste ich ja alles haben dann. Außer den Special Boss, natürlich. Aber da fehlen mir ja noch fünf Sparks. Also im Shop können wir jetzt, glaube ich, mittlerweile den Schlüssel holen. Für elf, jawohl. Und einen Level-Trunk. Und wir könnten uns eigentlich auch mal ein paar Pilze gönnen. So. So. Irgendwo liegt hier noch ein Eisblock rum. Ich muss noch die Feuer-Dudes wegmachen. Den Eisblock habe ich auch. Der Baum glitzert, das heißt, da ist wieder was drin. Aha. Danke. Kann ich hier runterhüpfen? Ja. Ein Eisblock fehlt noch. Der könnte überall sein. Ja. Bingo. Wahui. So ist der Münzenring nicht wieder aufgetaucht. Da war mal einer, aber der ist nicht neu gespawnt. Warum drücke ich denn immer Y? Bei welchem Spiel musste ich denn immer Y drücken? Xenoblade? War doch nichts mit Y. Die Erinnerung haben wir. Ich habe den Schlüssel für diese Tür. Was bist du? Ein Geist. Überlebe. Ich mag Überlebensmissionen nicht. Sechs Runden lang überleben. Oh ja, Gangstab, Ouija. Oh ja, Gangstab, Ouija. Was sind das über Viecher? Schattengänger. Löst keine Reaktionsfähigkeiten der Helden aus. Oh, okay. Gut, dass ich es gelesen habe. Gut, dass ich es gelesen habe. Was sind, wenn ich es gelesen habe. Es ist egal, ihn kann ich. So. Oh, ja, zünden die noch an. Oh, schade. Die sind halt unangenehm, weil die so eine riesen Range haben. Ja, also what the fuck haben die denn für eine Angriffs-Range? Keine zerstörbaren Fortale. Ja. 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 hm 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 mach ich ja auch immer wenn ich irgendwas anschieße Trevi nicht, Trevi nicht nicht gut hm 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 oh was den Trevi den da hinten Trevi nicht, obwohl ich höher stehe what the fuck what the fuck ärgerlich, dann bleibe ich hier hinten stehen ja, komm what 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 okay, machen mehr damage als gedacht ja ja genau muss hier weg bruder muss los ja los ja 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 Woos up. Woos up. Das ist okay. Da unten könnt ihr spawnen. Zwei Portale hier oben ist frech. Wie viel Ronen muss ich noch überleben? Noch drei. Ja, das ist gut. Hmm. Uh oh. ich treffe die das war unschön aber gott über das spiel blitz in meiner gruppe doch nicht alle und das viele das viele einer grunde ich kann bar äh, nein, 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 das, das will ich. So. Wenn ich mich hier hinstelle, kriege ich was tot? Sorry. Ich hätte das andersrum machen sollen. What the fuck? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war gut. Okay, dass die alle sterben, war nicht geplant. Nice. Easy, die bewegen sich gar nicht. Okay. Okay, das ist gut. Dann kann ich nur chillen. Die beiden da unten gefallen mir am besten. Aua. Okay, nice. War aber anstrengend. Die Geister sind kacke. Die meine gute Strategie mit dem Blick aushebeln. So, hier hätten wir den Schlüssel für. Da gibt es einen Sparks. So, da gehen wir aber gleich erst rein. Ich bin gerade noch, er ist auf der Suche nach diesem Eisblock, der mir noch fehlt. Gott, leck das hier oben. Ich glaube, der ist nicht hier oben, der Eisblock. Ich fand die so ein großer Feuerballjunge am besten. Ich nicht. Ach, die Taktik. Ja, dass die vier Gegner gekillt hat, war echt lucky. Hätte ich nicht drauf gewettet, dass die überhaupt einen killt. Hm. Vielleicht gehen wir doch erst in die Tür. Ich muss noch was zum Trinken holen. Warum laufen die eigentlich, als wäre deren Rücken gebrochen? Macht, glaube ich, nur Luigi, oder? Ja, Luigi läuft ein bisschen krumm. Ja gut, und die Rabbits halt. Die Rabbits sind aber auch Rabbits, das sind Hasen, die dürfen das. ist. Wait a minute. Wait. What? Ach, da ist ne Kiste. Es geht nicht, wenn was drauf steht Aber zählt das auch für Objekte oder nur für Menschen? Nur für Menschen, okay Muss ich die Kiste da wieder runterschieben? Halt, stopp Das nehmen wir schon mal mit Ich würde gerne Hallo Als ob ich nicht damit Leitern klettern kann Äh, du musst hier hin Hallo Jetzt muss ich damit durch die Röhre, damit ich runterkomme, bitte Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Das geht doch gar nicht Achso Oh, wie doof Oh mein Gott Okay, warte Ich kann damit ja keine Leitern tragen Äh, steigen Deswegen muss ich das Ding jetzt Hier ablegen Hier rüberfahren Geheimgebiet So nicht nennen Es ist eine fette Tür, die man nicht übersehen kann So, wir haben einen neuen Spark Dracula Rasa Schließt sich denn jemand Oh, Dracula-Fähigkeiten In Teil 1 waren Insane Die Vampir-Fähigkeiten Vampir-Waffen Min 1 waren Insane Gut Ich würde sogar schon fast behaupten OP Ich habe es geschafft, mich zu softlocken Geht's Ich warte aber immer noch auf das Tomaten-Video Aber es kommt nicht Ich glaube, sie isst gar keine Tomaten Die sagt das nur so, um mich anzuekeln Aber selbst mag sie die gar nicht lovers Jeph Let's go was mein ziel eigentlich alle besiegen okay sie ist so kacke gefahren mein gott ist das scheiße der snacktomaten verstehe ich auch noch wo das könnte reichen hat die sind unempfindlich das natürlich belasten tja gut dass ich zwei feuerdinger dabei habe die gerade alles regeln das ist Denna! Ha ha! Ah ha! So yeah! Ha ha! Weg zu go! Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh! Oh. Woho! 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 Ein Denkmal für Ihr Ringkirchner, die große persönliche Herausforderungen überwunden hat, um die Eiskunstlaufmeisterschaften auf Flockenbrocken zu gewinnen. Sie waren nämlich ein riesiger Tollpatsch. Und riesig. Das war der Baum mit dem Eisblock. Wo könnte noch ein Block drin sein? Der muss richtig dumm versteckt sein. Der glitzert auch. Ah, okay. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass es zwei in Bäumen versteckt sind. Ich hätte die Tür vergessen bei Zeraya. Kommt nicht rein. Aber es ist ein schöner Iglu geworden. So. Dann müssen wir noch einen Feuerbruder vernichten. Reicht's, wenn ich den nochmal mache? Da müssen es drei verschiedene sein. Zwei einsame Wölfe besiegen, ich erinnere mich. Da ist einer. Einen haben wir. So. Wo ist der Nächste? Da hinten. Okay. Du sagst das aus, es wäre dein Leben vor dem inneren Auge. Was? 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 The fuck? The fuck? Vielleicht tut es das auch ständig. So, das hätten wir auch. Zum 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 Todtragödie auf Flockenbrocken Glow und Münzen Herausforderungen Brostella Winterzeitportal Verfügbare Inhalte 19 Sparks Ja, den können wir noch nicht machen Ja, vielleicht habe ich darüber nachgedacht Wie es sein kann, dass Menschen wirklich freiwillig Tomaten essen Pinguine Stimmt, das war auch eine Quest Können wir irgendwie Marker setzen? Boah Das Haus unten Ich glaube, das ist unten Ich habe vielleicht einen an den Kopf Du hast das Video schon nicht gemacht, wie du eine isst Also glaube ich dir gar nichts mehr Mir wurde ein Video versprochen, wie du eine Tomate isst Das kam nicht, glaub dir gar nichts mehr Kein Video nicht passiert, ist so Kann jeder erzählen, ich esse Tomaten roh Kann Apfel anbieten Okay Einfach nur, damit du jetzt ein Video machen musst Ja, ich hab ihn Video gemacht, wie du dich ich fürs video zu werfen werfe schmerz menschen die tomaten essen können gar nicht genug kraft haben um einen apfel zu werfen ist ja nur wasser zwei bananen erst video schicken da würden andere menschen für geld bezahlen ich habe auch noch bananen in der küche die ich nicht gegessen ab und essen müsste eigentlich ich könnte eine bananenmilch machen ich habe habe ich überhaupt noch milch kakao habe ich bananen kakao geht das aber ich will den guten landdiebe kakao nicht verschönen mit bananen klar geht das aber vorher probieren weiß nicht ob das eine gute combo ist wenn du bananen kakao also schoko banane ist eine geile kombi aber ich weiß nicht ob kakao sich dafür eignet ganz ehrlich ach hier ist ein pinguin guck mal die süßes sind wieder da wie glücklich hier in den himmel schauen wo könnte der letzte sein wo könnte der letzte sein da und zu den tod tragödie aber wo ist die blaue röhre die mich da hinführt quetscher das sind die nervigsten missionen ach ja man hat ja auch noch hier was ist das komme ich dann nur hin mit einer special ability oder was gibt es irgendwie so eine cointrail ability wie bei sonic früher was sony kommt man ja so cointrails immer chasen ich hole mir gleich eine tasse kakao und noch was anderes zu trinken vielleicht sollte ich eine banane essen weiß nicht ich habe echt noch hunger ich habe mir eigentlich nur eine tomatensuppe by the way eingefiffen verarbeitete tomaten sind nämlich sehr gut im gegensatz zu rohen tomaten möchte ich immer wieder wiederholen ähm die 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 Nein. Und die sind gelockt. Das heißt, die können jetzt gar nichts mehr machen und Luigi auch nicht. Na gut. Easy. Eins von drei. Jetzt nicht. Das tut man nicht alles, damit man alles in der Welt irgendwie geholt hat. Ich könnte jetzt schon in die nächste Welt. Ich könnte durchrushen. Ich glaube, wir könnten das Spiel heute easy durchspielen. Aber ich will das auch ein bisschen spielen. So. Let's go. Let's go. Er trifft hier oben einfach nix. Oh, da ist noch ein Gegner. Er trifft hier oben einfach nix. Irgendwie wirklich gerade overpowered. Ich weiß nicht, warum. Wieso bin ich gerade so strong? What the fuck? Wieso one-hit ich alles? War ich in dieser Röhre schon drin? Gehen trotzdem nochmal hier lang. Für den Fall der Fälle, dass hier ein verlorener, kleiner, einsamer, süßer Pinguin sitzt. Mehr Adjektive sind mir nicht eingefallen. Einer ist doch safe wieder in irgendeinem Baum oder so. Frage, es glitzern Bäume immer, wenn da was drin ist. Also was Wichtiges drin ist. Rüdi hat Ja gesagt. Habt ihr gehört? Du, 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 du. Oh, gerade so. Gerade so. Scheiße. Dann locken wir ihn halt raus. Vielleicht haben wir Glück und er stellt sich passend hin. Naja, stellt sich einfach dahin, wo er vorher war. Du mich auch. Oh, okay. Eine Quetscherjagd haben wir fertig. Oh, Erinnerung. Okay, an der Ecke war ich anscheinend noch gar nicht. Naja, danke. Hier ist endlich ein paar Erfahrungen zu finden. Wenn. Bis zum nächsten Mal.